Ja, Micromages. Oh Gott, das ist der dümmste Video anfang, den ich jemals gemacht habe. Egal. Der kam vor 4 Tagen raus. Und ich spiele es jetzt 4 Tage nach Release. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht. Ist ein NES-Spiel. Geht es aber auch auf Steam. Ja. Und ich spiele hier gerade die Steam-Version. Die ich vor ein paar Minuten gekauft habe. Ziel des Spiels, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich das Level schaffen. Hier die Fäden, die geben einen extra Hit-Point. Wenn man getroffen wird, dann... Ja, mehr weiß ich nicht. Ich habe auch bei einem Ort gesehen, dass... Ich habe es einmal kurz angetestet. Aber sonst ist es Spiel komplett blind für mich. Ich habe auch bei einem Ort schon gesehen, dass es auch Secrets bei Wänden gibt. Dann müssen wir mal Ausschau halten. Oh, das hatte ich noch nicht. Was ist das? Hä, what the fuck? Egal. Egal. Wir sollten... Hier rein. Weil... Gibt es bestimmt auch coole Sachen. Ich wurde angeschrieben. Scheiß drauf. Ich würde ich den ersten Part vollständig aufnehmen und nicht editen müssen. Na. Oh mein Gott. Keine Ahnung, warum der manchmal das so macht. Schaden genommen oder... Die Controls funktionieren manchmal nicht. So wie sie funktionieren sollten. Bei der Steam-Version, wie ich bis jetzt schon festgestellt habe. Aber ich glaube bei der NES-Version, dass es funktioniert, ist perfekt. Aber es ist wahrscheinlich mein Controller, weil... Der wird bei sehr wenigen Spielen supported. Und diese soll dann vollständig bei dem Spiel supported werden. Ich werde auf jeden Fall noch einen anderen Controller anschließen. Switch-Controller oder so. Ah, und diese Feder hier, die ich jetzt habe. Damit kann man schweben. Ah, es war voll wahrscheinlich nur ein Diamant. Nee. Ah, es ist wahrscheinlich so ein... Ja, 500 Punkte bekommt man dafür. Das ist wahrscheinlich nur so ein Punkte-Ding. Ah, Mann. Hier irgendwo... Gab's glaube ich... Ja. Das war die versteckte Wand, von der ich geredet habe. Und nach dem Level kenne ich kein Level mehr. Ja. Da wollen wir mal. Das erste Blei des Levels. Wir werden die Kolbe der Welt 1 machen. Oh. Wieso dieser Sound? Das ist übrigens ein Autoscroller-Spiel. Das ist übrigens ein Autoscroller-Spiel. Und mich beunruhigt dieser Sound. Und... Mich beunruhigt der Sound sehr. Wow. Ja, danke für nichts. Oh, die Feder, die kann ich gut gebrauchen. Egal, was ist hier drin. Oh, danke. Dafür habe ich jetzt meine Feder verloren. Controller. Ah, schön. Warte, wie kontrolliert sich dieses Spiel denn? Ohne Controller. Keine Ahnung. Oh. Bossfight? Bossfight. Okay, wie funktioniert dieser Bossfight? Schon... Wow. Scheiße. Oh. Er pustet. Er pustet. Er pustet. Er pustet. Ah, scheiße. Okay, das ist ein cooler Busfight. Komm, gib mir ein Item. Geil. Etwas Nützliches. Ich hätte den nächsten Part auf jeden Fall Controller wechseln, weil das geht gar nicht. Nein. Er pustet. Er pustet. Macht es kaputt. Ah, scheiße. Vielleicht reichen meine Projektile nicht. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Okay, das ist schon eine Challenge. Es wäre schon lieb, wenn ich zwei Items bekomme. Ja, das meine ich nicht mit zwei Items, aber danke. Ich kann halt nicht beide aufnehmen. Das ist das Traurige. Ich kann nur eine Fee benutzen. Oh, Lee. Oh, Lee. Oh, Lee. Das ist immer bestimmt, was er kaputt macht. Okay. Ja, komm halt her. Lass dich drücken, mein Alter, Junge. Es ist immer bestimmt, was er kaputt macht, glaube ich. Ach komm, stirb doch einfach. Nein. Oh mein Gott, Alter. Wir sind weit als Feuer. Ich trau dem alten Jungen nicht. Oh mein Gott. Okay, was ist das Passwort? 2869. Okay. Also, wer spielen will. 2869. Okay. Aber das war's auch mit dem Spiel für heute. Bossfight war cool. Schon etwas schwer. Naja. Ciao.